Er hat gesagt, wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Aber heute schiebt er die Favoritenrolle ganz entspannt an seinen Kollegen Papel Deutschew. Der gehört mit Münster zu den Top 5 der Aufstiegskandidaten. Die Gastgeber in grün, sofort mit Zug zum Tor. Sigert auf Mano, Gaetano Mano. Erste Halbwegschance, 6 Minuten gespielt. Gut getimeter Ball von Sigert auf Mano, der in dieser Saison bereits mit einem Tor. Carsten Neitzel nicht zufrieden mit dem Abwehrverhalten seiner Hintermannschaft. Dann Freistoß für die Kieler, der Kapitän Rafael Katzion. Tor 1 zu 0 für den Aufsteiger aus Kiel. Wieder Marcel Gebers. Die Kopfballstärke des Innenverteidigers hat sich anscheinend nicht bis nach Münster rumgesprochen. Bereits das 4. Tor für den 1,89 Meter Mann. Die 16. Minute im Preußenstadion. Pavel Deutschew muss den 1. Dämpfer verdauen. Der ehemalige HSV-Profi übrigens auch mal ein Jahr in Kiel. Sein Team jetzt wieder mit dem Versuch, schnell übers Mittelfeld zu kommen. Mano wieder, Mano. Der heute am auffälligsten. Biosek. Da war viel Platz und wenig Übersicht bei den Gastgebern. Die Kieler aber insgesamt sehr gut aufgestellt. Dann geht's richtig schnell. Wetter Haider. 2 zu 0. Was ist denn hier los? Der Aufsteiger dominiert die Partie und geht verdient in Führung. Die Kieler eindeutig das bessere Team. Fast jeder Schuss ein Treffer. Karsten Neitzel entspannt, aber euphorisch. Sieht anders aus. Dann Steipass auf Katzior, der mit der Hacke auf Haider. 3 zu 0. 34. Minute. Was für ein klasse Tor. Zunächst Hacke von Katzior. Hier. Und dann der Ball von Haider. In den Rücken gespielt von Tim Siedschlag. Und der reagiert prima auch mit der Hacke. Karsten Neitzel, wenn so Freude aussieht, möchte ihn nicht sehen, wenn er sich ärgert. Dann ist Halbzeit. Und das hört sich in Münster so an. Man ist ganz weit weg von den glorreichen Zeiten, als man vor genau 50 Jahren gegen den HSV in die Bundesliga startete. Fast schon ein. Und leuchtet. Die zweite Hälfte. Beginnt mit Freistoß Münster. Riedmüller passt auf. Etwas glücklich. Die erste Chance für die Hausherren. Zehn Minuten gespielt. Mehr war von Preußen nicht zu sehen. Mehr zu erwarten schon. Alles etwas zufällig. Jetzt mal der Versuch mit einem weiten Abschlag. Taylor gegen Krause. Und dann gegen Riedmüller. Das sieht böse aus. Der Keeper zeigt sofort nach unten zu Taylor. Das ist passiert. Krause gibt Taylor noch eine mit. Der prallt gegen Riedmüller. Die Folge schlimme Platzwunde bei Matthew Taylor. Der konnte nicht mehr weitermachen. Weiter geht's dann mit einer Ecke für Münster. Druckenbrot. Riedmüller. Guter Schuss von Jens Druckenbrot. Aber es bleibt dabei. Chancen für die Münsteraner immer nur nach Standardsituationen. Riedmüller reagiert klasse. Aber was machen die Jungs von Karsten Neitzel? Nicht mehr viel. Die lassen den Gastgebern Platz. Viel Platz. Bischof auf Karra. Mehmet Karra. Aber ein gebrauchter Tag für Preußen Münster. Erster richtig gelungener Spielzug. Für Münster. Karra dann etwas zu weit abgedrängt. Aber es kam noch schlimmer. Achtung. Sikora hier gegen Allee im Zweikampf. Und Glömon Allee bleibt liegen. Wird dann sogar bewusstlos. Hektik bricht aus. Sikora extrem hart gegen den Innenverteidiger. Muss mit Gelb noch zufrieden sein. Allee wird wenig später vorm Platz getragen. Ist da aber wieder bei Bewusstsein. Eine große Schrecksekunde im Preußenstadion vor rund 8000 Zuschauern, die dann abwandern. Denn wenig später ist Schluss. Bittere Heimniederlage mit zwei schweren Verletzungen bei Münster. Und der Aufsteiger aus Kiel zieht weiter ungeschlagen seine Kreise. Drei Siege, zwei Unentschieden. Ein beeindruckender Start.